Updates aus ihrem kunterbunten Alltag sind auf dem Instagram-Kanal der TV-Bekanntheit, die Wollnis, inzwischen rar gesät. Umso mehr dürften Sarah Finas rund 612.000 Fans sich gefreut haben, als sie am Sonntag mal wieder einen kleinen Einblick ins Familienleben der Fünf gewährte. Während ihre Zwillinge Emory und Kassai sich im eigens für die Kids errichteten Spielzimmer austobten, war in der Story des Großfamilienmitglieds auch Töchterchen Hobangel Sylvia zu sehen gewesen, die Sarah Finas sich rücklings auf den Bauch gelegt hatte. Die 28-Jährige alberte vor der Handykamera liebevoll mit ihrer Jüngsten herum und scherzte unter anderem über die dicke Foot. Anmerkung D. Rett. Kölsches Wort für Hintern, der Kleinen, die die Nähe und Aufmerksamkeit ihrer Mama sichtlich genoss. Doch ausgerechnet diese niedlichen Aufnahmen stießen einigen Anhängern übel auf, woraufhin Sarah Finas sich gezwungen sah, ein Machtwort zu sprechen. So teilte die 28-Jährige wenig später eine neue Story, in der sie nicht lange um den heißen Brei herumredete. Da hab ich doch ernsthaft eine Nachricht bekommen, ob das mein Ernst ist, dass ich bei der Kleinen in dem einen Video gesagt hab dicke Foot, sprach Sarah Finas ungläubig in die Kamera und hatte gleich die passende Antwort parat. Also Leute, schild mal euer Leben. Wie kann man nur alles auf die Goldwaage legen? Also jetzt mal im Ernst, ärgerte sie sich. Die Laune verderben ließ sich Sarah Finas jedoch nicht von der Kritik des Followers, ganz im Gegenteil. So tat sie das wohl einzig Richtige, ging nicht weiter auf die ungefragte Meinung des Anhängers ein und stellte stattdessen klar. Ich lasse es einfach unkommentiert.